SWR 2022 Wie ein Regenbogen leuchte ich in tausend Farben und manchmal bin ich einfach schwarz und weiß. Ich dröhne, kratze, gleite, zittre, springe, stampfe, jaule, tröte und bin trotzdem reine Harmonie. Du kannst mich aufschreiben, mich interpretieren und über mich sprechen. Aber weißt du was? Meine Sprache versteht man auf der ganzen Welt. Ganz ohne Worte. Und meine Welt kennt keine Grenzen und steht offen für jeden, der sie liebt. Ich bin Teil deiner Geschichte. Der Soundtrack deines Lebens. Deine erste Liebe und deine letzte. Ich tröste dich, wenn du traurig bist. Und ich lasse dich tanzen vor Glück. Aber vor allem, wo immer du bist auf der Welt. Ich werde immer dein Zuhause sein und bleibe bei dir wie ein guter Freund. Ich weiß nicht. Ich bekomme Sie eine Minute. Ich werde immer dein Zuhause sein und ich muss sich auf der Welt. Ich möchte dich davon reinen. Ich möchte mich, wie ich bin mit Weg bei dir wie ein Tag. Ich mache meine thứairs dann wiederhрам. Ich begnete, wenn ich versicherst. Vielen Dank.